Musik 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 An der ETH beginnen jedes Jahr viele motivierte Studierende, die aus unterschiedlichen Gründen doch vor ersten Hürden stehen. Im Rahmen des Brückenkurses haben Sie die Möglichkeit, Ihr mathematisches Vorwissen zu testen und allfällige Lücken zu schließen. Es gibt Skripte, Videos und eine Fülle an interaktiven Aufgaben. Mit dem Brückenkurs können meine Studierende wichtige mathematische Grundlagen aus der Schule individuell wiederholen, in ihrem Lerntempo und an ihren Wissensstand angepasst. Somit kann ich sicher sein, dass diesbezüglich alle den gleichen Wissensstand haben und ich darauf den fachlichen Inhalt der Vorlesung aufbauen kann. Da ich an einige Stellen auf den Brückenkurs verweisen kann, entstehe in meiner Vorlesung Freiräume, um wichtige Themen zu vertiefen.